Die Schweiz ist schon ein seltenes Exemplar und wird dann, wenn sie dann im Betrieb ist, die älteste Regelmässig im Betrieb stehende Dank für die Kommotive der Schweiz sein. Zwischen 1887 und 1891 gehörte die Lok Nummer 4 Schwyz zur Wädenswil-Einsiedelnbahn. Danach wurde sie zusammen mit anderen Dampfloks für beinahe 50 Jahre bei der Schweizerischen Südostbahn SOB eingesetzt. Degradiert zur Werklok rangierte sie ab 1941 Güterwagen auf dem Gelände einer chemischen Fabrik. Zwischen 1965 und 1968, bevor sie als Denkmal beim Bahnhof Wädenswil aufgestellt wurde, erlebte sie eine oberflächliche Überholung. Das Äußere der alten Dame täuscht somit über ihren inneren Zustand hinweg. Leer wiegt die Schweiz, vom Typ her eine Nassdampflokomotive E33, rund 24 Tonnen. Mit ihren Zweizylindern bringt sie eine Leistung von 230 PS. So schnell wie auf dem anstehenden Transport nach Olten ist sie aus eigener Kraft nie gefahren. Ihre Höchstgeschwindigkeit war 35 kmh. Mit der Zerlegung beginnt nun nach jahrelanger Geldsuche die Restaurierung. Die Verschalung und damit das Make-up ist weg. Zum Vorschein kommt das wahre Innere der Schweiz. Wir haben das erwartet, dass es so ist, weil die Lokomotive war doch lang draußen an der Witterung ausgesetzt und es sind viele Sachen, die man reparieren muss, ersetzen. Der Rost hat das Metall aufgelöst und da gibt es einiges zu tun nachher. Der Kessel und die Feuerbüchse sind abgehoben und was der Schweiz jetzt noch bevorsteht, ist die Zerlegung bis auf die Achsen. Rund 260.000 Euro an Spendengeldern wird die Restaurierung in den folgenden Jahren verschlingen. Die Frohnarbeit der Freiwilligen nicht angerechnet. Die Dampfmaschinen, das ist eine faszinierende Sache, weil man sieht die Kraft, man spürt sie und muss doch einiges tun, damit man mit der Dampflokomotive fahren kann. Der Kessel ist in einem erstaunlich guten Zustand. Das ist eigentlich das Herzstück einer Dampflokomotive. Da hat man ganz detaillierte Abheuerungen getroffen. Die Achsen sind jetzt ebenfalls in der Aufarbeitung die grössten Posten. Das sind schon die Achsen und der Dampfkessel. Aber ich denke, das haben wir so weitergerufen. Der Schweizerische Verein für Technische Inspektion hatte bereits 1999 eine Voruntersuchung gemacht. Weil der Verdacht auf eine Verunreinigung des Kesselmaterials bestanden hatte, wurden Proben entnommen und analysiert. Wenn man gesehen hat, wie stark das Material, das 1887 hergestellt wurde, mit Phosphor und Schwefel verunreicht war, waren die Resultate erstaunlich gut. Und sie waren in etwa zu vergleichen mit einem heutigen billigen Stahl 37. Die Materialproben haben uns eigentlich bei der Entscheidung geholfen, zu sagen, wie man sanieren soll. Und das Material hat zwar gute Festigkeitseigenschaften, aber ganz schlechte Schweisseigenschaften. Und darum hat man sich entschieden, bei der alten Konstruktion zu bleiben und hat die Sanierung jetzt durchgeführt mit Nieten, wie das ursprünglich eben gemacht wurde. Ein kalter Herbstmorgen in Ünsingen. Achsen und Rahmen sind fertig restauriert und sollen zusammengefügt werden. Bei dieser Achse ist ein Lager zu breit gefertigt worden und das passt nicht in den Rahmen. Jetzt wird noch mal kontrolliert, wo der Fehler liegt und dann schauen wir weiter, was wir da machen. Nehmen wir einen Millimeter. Unter dieser Lagerschale da ist eine Beilage drin. Und er hat Gott sei Dank noch andermassige mitgenommen. Jetzt werden wir eine, die einen Millimeter dünner ist, einsetzen und dann passt das hoffentlich halt. Bevor alle drei Achsen eingepasst waren, musste allerdings noch eine weitere Korrektur durchgeführt werden. Dann aber wusste man, der Rahmen rollt. Für die freiwilligen Experten und Helfer Zeit für eine kleine Pause, bevor der Kessel angeliefert wird. Teilarbeiten am Kessel waren in Auftrag gegeben worden, wie auch schon die Achsen. Zur Fertigstellung wird die Schwyz in die Römise der Dampfgruppe Önsingen-Balztalbahn gezogen. Prunkstücke der Dampfgruppe zeugen davon, dass die Schwyz für die letzten Monate der Restaurierung in guten Händen sein wird. Heute ist wirklich das erste Mal, wo wieder Feuer in die Maschine kommt. Also wir hoffen natürlich alle, dass alles funktioniert, aber eine Garantie gibt es natürlich nicht. Also heute ist primär die Kesselprüfung. Und dann ist eigentlich die Maschine gilt dann als abgenommen und kann niedergefahren. Also eine Dampflokomotive in dieser Grössenordnung hat circa zwei, zweieinhalb Stunden vom kalten Zustand, bis die Lokomotive betriebsbereit ist. Und dann ist die Kesselprüfung. Nach über 40 Jahren die ersten Meter Fahrt aus eigener Kraft. Ziel die Römise, um kurz vor der Kesselabnahme noch eine kleine Reparatur vorzunehmen. Die Abnahme verläuft ohne große Probleme. Sorgenkinder bleiben nur das Sicherheitsventil und Leckagen unter anderem an den Armaturen. Das sind Reiberhahnen und die sind sehr schwer dicht zu bringen. Also das Problem hier ist nicht nur hier und heute in Önsingen, sondern diese Probleme kennen praktisch alle Dampfbahnvereine. Das sind kleine Probleme. Also die Sicherheit für die Fahrt, die heute passiert, die ist gewährleistet. So durchschnittlich waren da vier, fünf Personen beteiligt an den mechanischen Arbeiten. Es sind sicher so gegen 6000 Mannstunden, die da aufgelaufen sind. Und schlussendlich ist etwas Schönes entstanden. Also wenn man die vorher gesehen hat, nicht zuletzt auch das Froschgrün und eben auch der mechanische Zustand, dann kann man wirklich stolz sein, was wir jetzt da zusammen erreicht haben. Und das ist eigentlich das Schöne an dieser Arbeit. Ich bin sehr zufrieden, wie die Maschine gelaufen ist. Für das erste Mal ging eigentlich alles wunderbar. Wir sind glücklich.